Moin moin miteinander, ich fahr jetzt als Polizei, obwohl Zeit für die rote Rakete Willkommen zurück zu Toy Story 3, das Spiel, ne Toybox Turbos Mit Krian und MT Hallo, Wiedersehen Alarm, Alarm War das auch bei Toy Story 3? Bitte was? Ah, ah, ja, ja, wuh Der rote Rächer Wenn man die Sirene macht, ist man schneller Guck Du hast sowieso immer das schnellste Auto von allen What? Okay, kann mir das irgendjemand erklären? Hallo Mega Noob Wah, wah Schneller rotes Rächer-Mobil Ja Mit deinem Hinterteil weggestoßen Tails Swipe Guck mal, wie kann das denn sein? Turbo Ne, er hat ja noch nicht gezündet Ne, der E-Mail ist gewohnt Mir bums doch nicht ganz der Gegenseitig an Nein, keine Berührung, du fährst dauernd nur weg Nein, 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 nein Naja gut, solange Krian die Punkte kriegt, ist alles okay Dir gönne ich die nicht Da lag, der fliegt ja ins Nichts Man, was hat der für'n Turbo Los, fahr du Sau Gib Gas Fahr 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 Gib Gas Du Luder, gib Gas Ja, nein Gib Gas Nein 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 Das sollte doch Bonuspunkte wert sein Für mich ja Nee Okay Tschüss Krian Tschüss Krian Nein Oh Yay Boah, war das knapp Boah, war das knapp Äh Nein Boah Bonk Das Alte Krieg ich nicht Okay Glitch Ein Roboter Mmmmm Sexy Geräusch Oh Nein Nein Ja Nein Oh Hauptsache Empty kriegt keine Punkte Alles gut Yeah Was Äh 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 Nein Oh Die Hammerbulanz Kriegt den Punkt Oh Oh Yeah Schmutzige Taktik Tch Ah Scheiße Oh, oh, oh! Oh, schade! Das hätte ich noch retten können! Fast! Ah! Äh! Äh! Ah! Ich hatte die Kurve doch noch gekriegt, doch man! Luft! Ja! Krian, du bist so ruhig! Das glaub ich's ehrlich! Was soll ich denn großartig labern? Zum Beispiel, dass ich immer die Items bekomme, die ich brauch! Das ist doch nichts neues! Hahaha! 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 Oh mein Gott! Hahaha! Hahaha! What? Nein! Hahaha! 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 It's the final countdown! Diddle dee dee! Diddle dee dee! Hahaha! Äh! 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 Nein! Nein! So kurz vor meinem ersten Sieg! Ach Scheiße! Alter Verwalter ist das anstrengend! Yay! Das Shiva Modell 3! Jetzt ist's persönlich! Hahaha! 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 Das Shiva Modell! Äh! Das Shiva Mobil! Hattel! Flip! Oh! Hahaha! Da ist ein Kuchen im Bild bei mir! Da war kein Feuer bei Autobuy diesmal! Ja! Hahaha! Nein! Ah! Yay! Aber irgendwie bekomme ich Hunger gerade! Hahaha! Ich kann mir nicht erklären warum! Ah! Ja! Cool! Da musste ich nicht mehr was für tun, um um die zu killen! Nein! Ich hatte das ja auch ne Abkürzung! Was war das denn? Ich dachte du kannst Schwellen überall hinfahren und versuche ich es auch mal! Ja! Nudelsalat klingt auch! Selber Nudelsalat! Komm lass einen Film machen und wir laden einen Nudelsalat! Äh! Ne! Ich weiß was das für ne Sorte Film ist! Das muss nicht sein! Ah! Nein! Nicht die Sorte! Ein Anständiger! Noo! Rotes Rächermobil! Reche mich! Jaaaaa! Nein! Jaaa! Ah! Rotes Rächermobil! Du enttäuscht mich! Noo! Na! Ja! Nein! Ja! Nein! Doch! Hier links! Oh, schade. Mein Gott, hau ab! Und dann kannst du doch immer zum Punkt machen, du Noob! Ah! Den Karten, das hilft immer! Oh! Hat's gemacht! Willst du eigentlich das Triam vor dir mal gewinnt aus? Ja? Nein! Ja! Ja! Du Lappa! Wow, und dann trifft er mich! Wuhu! Das rote Rechemobil ist wieder im Rennen! Oh! Tschüss! Äh! Ich wollte gerade anpeilen! Nein! What?! Nein! Oh! Oh! Krian ist der Hammer, oder? Nicht mal einen Kommentar dazu? Oh! Der Spruch war mir zu schlecht. Da wurde wieder zuschlagen Irgendwann mal ein Bulli irgendwie mobben will Nein, Kryan Fahr, Kryan Kryan gewinnt Das war ein Taunt Ich hab getaunt und auf dem Rücken liegen Gratuliere, Kryan So, die Strähne ist gebrochen Uh, Endgegner freigeschaltet Meine Fresse, gibt's viele Maps Ist nicht so viel, ja Und was ist Luftschlag? Achso, das Rakete Genau, das Rakete Oh Machen wir doch mal Draufsicht, oder? Ich weiß gar nicht, wo groß der Unterschied ist Für den anderen, ehrlich gesagt Ich auch nicht Ich finde, das sieht alles gleich aus Ah, nein Partytisch Ja, der ist lustig Get the party started Der Wackelpudding ist lustig Oh, das ist ja noch schlimmer als das andere Ah Der wird einem fast übel, finde ich Ja Ich bin zu weit geflogen Ich glaube, ich fliege immer noch Bin mir nicht sicher Nein, 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 nein Okay, also die Draufsicht ist anstrengend Da sieht man noch weniger von der Map gefühlt als vorher Ah, ich bin zu langsam Ich finde, die ändern sich gar nicht wirklich so sehr Auch wenn du die Retro-Draufsicht hast Das ist so lächerlich, wieso kriege ich kein Item? Wenn direkt vor mir das Ding ist, ist, dass ich dann vorbeifahre So drüber fahre Das macht keinen Sinn Fahr schneller Was war das denn? Keine Ahnung, wo du vorhin warst Bomb Los Hol ihn, Kryon, hol ihn Ja Nieder mit Empty Ich bin extra einmal kurz langsamer gefahren Ich bin jetzt mit dem Feuerwerk da eigentlich ganz Ah, sie ist ja weg, Togo Keine Chance Keine Möglichkeit, da hinterher zu kommen Ich bin wieder die Flip-Position Ah Yay Ich lebe noch Noch Wuh Boing Ja Äh Äh Yay Punkt Endlich Erstmal, dass in Rakete jemanden trifft Wow Get rekt Das kommt davon, weil ich nicht mit dem roten Rächer-Mobil fahre Das ist doch rot Das ist doch rot Aber es ist nicht das Rächer-Mobil Bo-Mobil Der war knapp Njung Da hat er den Boost bekommen Okay Nice Tschüss Tschüssi Wenn ich gehe, nehme ich euch mit Hm, Erbäre Der Flip Schon wieder kriege ich kein Item Was ist das denn? Ich habe auch keins bekommen Ja, das ist doch lächerlich Wuhu Yay Zurück, Krian Los Los Was Wuhu Fuck Aber noch eine Äh Fahr 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 Yeah Wir brauchen nur dieses scheiß Ding wegzufahren Komm, wir müssen ihm noch einen Punkt geben, dann ist es Gleichstand Ich glaube, Krian wird kein Gleichstand Ich schwöre bei Gott, wenn du mich jetzt triffst Wow Du Horst Ich glaube, das war eher die Mine, die ich noch gelegt hatte, was total unsinnig war, dass du da in die Luft gehst Nein Oh, ist das eine Abkürzung? Nein Ja Hahaha, ist das eine Abkürzung? Ja, das ist eine Abkürzung, kommst du schneller zum Ziel Schneller in den Tod Super Ja Ach, da ist doch unfair Ah, das war lucky Der Krian, der cheatet Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis zum nächsten Mal Tschö, Leute Tschö, Leute